Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Erdbeeren aus Spanien, Bananen aus Costa Rica und Kaffee aus Brasilien. Unsere Supermärkte sind prall gefüllt mit Lebensmitteln aus aller Welt. Da die langen Lieferketten jedoch das Klima belasten und, wie in der Corona-Pandemie ersichtlich wurde, nicht immer zuverlässig sind, steigt seit einigen Jahren jetzt schon die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln. Laut des Ernährungsreports 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind regionale Lebensmittel für 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig oder wichtig. Aber ist eine mehr oder weniger vollständige Rückkehr zum lokalen Anbau eigentlich möglich? Wäre es realisierbar, ganz Deutschland ausschließlich mit regionalen Lebensmitteln zu ernähren? Eine Studie der Hochschule Fulda zeigt am Beispiel des Bundeslandes Hessen, dass eine Re-Regionalisierung hier theoretisch zumindest mal möglich wäre. Dazu müssten sich jedoch Lebensmittelketten und unsere Essgewohnheiten grundlegend wandeln. Was sich verändern müsste, welchen Einfluss tierische Produkte auf unsere Landwirtschaft haben und ob unsere Ernährung in Zukunft nun regionaler wird oder nicht, das besprechen wir in dieser Folge von Hessenschaft Wissen mit den beiden Autoren in der Studie Dr. Anna Mara Schön und Marita Böhringer. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin im wissenschaftlichen Zentrum Holm. Das steht für House of Logistics and Mobility der Hochschule Fulda. Viel Spaß beim Gespräch. Guten Tag, Frau Dr. Schön und hallo, Frau Böhringer. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Hallo. Hallo, hallo. Dankeschön. Ja, regionale Lebensmittel. Das ist eines der Themen, über die wir heute sprechen möchten. Und das ist ja ein Thema, das seit Jahren schon in aller, naja, oder zumindest in vieler Munde ist. Nun haben aber Corona-Pandemie und Kriege und andere Konflikte in den letzten Jahren ja nochmal zusätzlich gezeigt, dass die langen Lieferketten von Lebensmitteln weltweit nicht immer gänzlich zuverlässig sind. Und nicht zuletzt wirken sich natürlich auch negativ aufs Klima aus. Die Produktion und der Transport von Nahrungsmitteln verursachen ein Drittel aller Treibhausgasemissionen. Ein Lösungsansatz ist eben bekanntlich, regionale Produkte zu kaufen. Dazu haben Sie kürzlich eine Studie veröffentlicht. Auf die kommen wir natürlich gleich auch nochmal genauer zu sprechen. Aber zunächst einmal generell gefragt, wie steht es denn nach Ihrem Dafürhalten in der Bevölkerung um das derzeitige Bewusstsein für regionale Lebensmittel? Wie gesagt, also mir ist bewusst, gesprochen wird darüber schon länger, nahezu seit Jahrzehnten. Aber haben insbesondere die letzten Jahre dann nochmal zu einer zusätzlichen verstärkten Nachfrage geführt? Also ich denke, das Bewusstsein ist schon gewachsen. Allerdings hat jeder und jeder auch so seine eigene Definition zum Thema Regionalität. Für den einen ist regional schon Europa, das reicht vollkommen aus. Die andere sagt, naja, ich schaue schon, dass ich deutsche Produkte kaufe. Und dann gibt es, und das ist dann vermutlich eher eine kleinere Gruppe, die sagt, nein, es sollte auch wirklich aus meiner Region kommen, Umkreis, was weiß ich, nicht größer als 50 oder 100 Kilometer. Und ja, auch wenn das Bewusstsein größer ist, nach wie vor ist doch der oft entscheidendere Faktor der Preis. Und regionale Lebensmittel sind einfach teurer. Nach wie vor, ja. Haben Sie da einen Überblick, wie sich das aufteilt? Also Produkte aus dem Ausland, die importiert werden versus die Eigenproduktion regional oder zumindest national? Also wie viel importieren wir, wie viel nicht? Also wir haben uns ja intensiv mit Hessen beschäftigt. Ich habe aber heute auch nochmal mir die Statistiken von Deutschland angeschaut. Wunderbar, das ist nett. Und wir importieren tatsächlich relativ viele Milchprodukte, also Käse, Joghurt, Quark, alles mögliche. Obwohl wir eigentlich genug Milch und Milchprodukte selbst erzeugen. Nicht nur erzeugen könnten, sondern sogar erzeugen faktisch. Auch erzeugen, genau. Wir exportieren auch. Das gleiche gilt für Fleisch. Viel Schwein geht raus, anderes geht rein. Was wir tatsächlich nicht genug haben, ist Obst und Gemüse. Bei Obst sind es 20 Prozent ungefähr in Deutschland an dem sogenannten Selbstversorgungsgrad und Gemüse um die 38, 40 Prozent. Und hier importieren wir vor allem Tomaten. Da sind es glaube ich 10 Prozent Selbstversorgungsgrad. Der Rest kommt vor allem aus dem südlichen Teil Europas. Genau, da fehlt auf jeden Fall was. Okay, Selbstversorgungsgrad, nochmal um sicherzustellen, bezeichnet also das Verhältnis zwischen Eigenversorgung, also aus regionalem oder nationalem Anbau versus importierten Waren. Oder ist das das Verhältnis zwischen dem, was man anbauen könnte und tatsächlich anbaut? Das ist im Prinzip das Verhältnis zwischen dem, was man anbaut und dem, was man konsumiert. Okay. Gut, da haben wir ja schon so ein paar Stichworte genannt und sind dabei eigentlich ja auch schon direkt beim Thema Ihrer Studie. Die wurde kürzlich veröffentlicht und darin haben Sie gerade schon angedeutet, haben Sie sich ja beschäftigt mit der regionalen Lebensmittelversorgung in Hessen. Deswegen dazu die Frage, wie kamen Sie auf die Idee, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und was genau wollten Sie eigentlich herausfinden? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir eigentlich Logistikerinnen sind und an einem wirtschaftlichen Forschungsverbund arbeiten. Und wir haben uns eigentlich dem Thema genähert, indem wir uns damit beschäftigt haben, wie eben die Logistik in solchen regionalen Netzwerken aussehen muss, um effizienter zu werden. Und dabei führen wir immer wieder ganz viele Gespräche mit eben den verschiedenen Akteurinnen, die hier so in Hessen aktiv sind. Und dabei haben wir uns immer öfter oder einfach sehr oft mit dem Argument konfrontiert gesehen. Ja, in Hessen, das bringt doch alles nichts. Wir haben doch hier die Produkte überhaupt nicht. Was wollt ihr denn von uns so ungefähr? Immer dieses Regionale, genau. Genau. Und das war bei uns im Prinzip so ein bisschen die Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wirklich so dieses eher gefühlte Argument mit auch wirklich richtigen, also ja, faktischen Argumenten und Zahlen zu hinterlegen, weil wir eben auch einfach wissen müssen, was können wir hier in der Region überhaupt, um auch in unseren Projekten weiterzukommen. Okay, also eine der Kernfragen war, was könnten wir potenziell in Hessen lokal, regional produzieren? Ja, ich sehe, wie Sie mir im Kopf schütteln. Also ich will es nochmal besser verstehen, habe ich verstanden, logistische Fragestellungen sind eher Kern. Aber genau, hören Sie vielleicht nochmal aus, was sozusagen die, abgesehen davon, dass viel Unwissen besteht und auch viele Argumente vielleicht vorgebracht werden, ja geht ja hier alles gar nicht, die womöglich gar nicht so stimmen. Welche Antworten haben Sie diesbezüglich gesucht? Ja, das war eben genau die Frage, können wir das in der Region überhaupt leisten und wenn ja, was können wir das leisten und in welchem Umfang? Also unsere Idee war ursprünglich nicht zu schauen, was wäre theoretisch möglich. Wir haben es zwar auch angeschnitten bei uns in der Studie, aber die Ausgangsmotivation war wirklich den Status quo zu analysieren und den runterzubrechen auf wirklich greifbare Zahlen und damit zu zeigen, okay, hier, ihr lieben Betriebe der Außerhaushaltpflegung, die bei uns immer wieder im Mittelpunkt stehen, das gibt es wirklich, das könnt ihr machen und das liegt vielleicht auch außerhalb von dem Machbaren. Genau, noch ergänzend, dass es kam eigentlich eher im Nachgang dazu zu berechnen, was wir könnten, weil wir festgestellt haben, dass wir doch sehr wenig können. Okay, also stimmten diese zweifelnden Argumente dann zum Teil schlussendlich doch, dass es momentan noch nicht so gut aussieht. Wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie diese Fragestellung untersucht? Ja, wir haben uns vor allem die Agrarstatistiken angeschaut und das verglichen mit dem Pro-Kopf-Konsum, um eben diese Selbstversorgungsgrade zu berechnen. Ein wesentlicher Teil und der war relativ komplex, weil er einfach sehr divers ist, war die Berechnung der Flächen für den Futteranbau der Nutztiere. Und da haben wir einmal, wir haben schon in Hessen relativ viele Nutztiere, haben aber schnell herausgefunden, wir essen einfach viel zu viel, dass wir hier keinen hohen Selbstversorgungsgrad erreichen. Und dann war einfach die Frage, okay, was bräuchten wir denn an Fläche, um sämtliche Tiere, die wir essen, auch versorgen zu können, regional. Das war tatsächlich so ein bisschen einfach ein Rechenspiel. Und das ist eben relativ schwierig, weil natürlich jeder Bauer, jede Bäuerin ihre Tiere unterschiedlich füttern mit unterschiedlichen Produkten, also Ackerfrüchten und die Tiere unterschiedlich alt werden. Da gibt es Richtwerte und an denen haben wir uns dann orientiert, aber die kann man auch nicht einfach googeln, vor allem wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Wie gesagt, wir sind Logistikerinnen. Aber irgendwann hatten wir ein Modell, was auch validiert worden ist durch Expertiengespräche und dann kamen wir so Stück für Stück zu Zahlen. Okay, dann nähern wir uns doch diesen Zahlen auch mal Stück für Stück in diesem Gespräch. Aber schauen wir uns vielleicht generell, bevor ich dann gerne auch nochmal auf die Nutztiere zu sprechen käme, schauen wir uns vielleicht generell nochmal an, wie es landwirtschaftlich in Hessen so aussieht. Was wird in Hessen als Region denn schon angebaut, im Vergleich auch zu anderen deutschen Städten? Also mit welchen Lebensmitteln versorgt man? Wann in Anführungszeichen sich hier schon selbst oder könnte sich hier selbst versorgen? Also wir haben sehr viel Getreide, über 300 Prozent. Das heißt, wir haben fast das Dreifache von dem, was wir brauchen. Wir haben sehr viel Zucker, aus Zuckerrüben gewonnen logischerweise und wir haben dann regionale Unterschiede. Also zum Beispiel im Raum Darmstadt wächst relativ viel Gemüse und in der Wetterau, das liegt auch an den Böden. Wir haben im Norden relativ viele tierische Produkte, die erzeugt werden. Und dann haben wir bestimmte Gebiete, da ist eher Weideland so das Thema Nummer eins, nenne ich es jetzt mal. Das ist zum Beispiel Vogelsberg, Grön, Odenwald, da sind einfach viele Weideflächen. Oder Dauergrünland. Genau. Und was die anderen Produkte angeht, da haben wir keinen hundertprozentigen Selbstversorgungsgrad. Okay, das sind die wesentlichen Produkte und dann gibt es noch einige andere, wo die Zahlen dann deutlich darunter liegen. Sie haben den Anbau und auch den Durchschnittsverzehr in Hessen mit den Empfehlungen der Planetary Health Diet verglichen. Was ist das genau? Ja, die Planetary Health Diet, die kurz PHD heißt, ist vielleicht ein bisschen schneller auszusprechen. Da haben sie recht. Das ist keine Diät, auch wenn es im englischen Namen natürlich drinsteckt, sondern es ist eigentlich eine bestimmte Ernährungsweise, die von der E-Lancic Commission ermittelt wurde und bei der geht es darum, dass wir eine Ernährungsweise verfolgen, die zum einen gesund für den Körper ist, also für die menschliche Gesundheit förderlich und zum anderen so aussieht, dass sie eben auch innerhalb der planetaren Grenzen stattfinden kann, also dass sie eben gut für den Mensch und gut für die Umwelt ist. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, der Lebensmittelbereich verursacht ein Drittel ungefähr von unseren Treibhausgasemissionen und mit der PHD hätten wir theoretisch eine Möglichkeit, wie wir unsere Weltbevölkerung auch künftig ernähren könnten und dabei gleichzeitig innerhalb der planetaren Grenzen bleiben, also die eben gut für Mensch, Tier und Umwelt insgesamt ist. Und wie sind wir diesbezüglich aufgestellt in Hessen? Wie ernährt sich Hessen im Vergleich zur PHD? Ja, nicht so gut. Ja, war mehr oder weniger eine rhetorische Frage, gebe ich zu. Ich wollte es nochmal hören. Ja, wir essen einfach, also wir wissen nicht, ob die typischen Hessinnen und Hessen sich jetzt anders ernähren als die typischen deutschen Bundesbürgerinnen und Bürger. Wir haben jetzt einfach mal angenommen, dass sie das genauso tun und das ist einfach A zu fleischlastig und B zu milchprodukthaltig. Und letzteres finde ich fast noch schlimmer, in Anführungsstrichen fast, weil was Fleisch angeht, da ist schon ein ganz gutes Bewusstsein da. Viele Menschen ernähren sich vegetarisch oder flexitarisch essen, also bewusst weniger Fleisch und das ist auch sehr lobenswert. Aber es werden noch sehr, sehr viele Milchprodukte einfach benutzt und gegessen. Ich kann es gut nachvollziehen, die sind auch sehr lecker. Aber wenn man sich dann einfach mal anschaut, was eine Kuh an Fläche benötigt, um diese relativ hohe Milchmenge zu geben, dann ist das schon beachtlich. Früher hat die Kuh wesentlich weniger Milch gegeben, stand aber vor allem auf der Weide, beziehungsweise hat einfach Dauergrünland bekommen, also Heu oder Silage oder stand halt einfach auf der Weide. Und heute bekommt sie sehr viel Kraftfutter, das heißt, das wird auf der Ackerfläche produziert und was die Kuh bekommt, bekommt natürlich nicht mehr der Mensch als pflanzenbasierte Kost auf den Teller. Und das bedeutet eben, dass weniger Ackerfläche für pflanzenbasierte Nahrungsmittel da ist und relativ viel bei den Tieren landet. Genau. Und somit bleibt einfach nicht genug oder ist nicht genug Fläche in Hessen jetzt da. Und das führt natürlich auch dazu, könnte ich mir vorstellen, wenn die Fläche eher knapp ist, dass vielleicht auch die Effizienz ein bisschen sinkt. Vielleicht ist das jetzt auch zu simpel gedacht, aber es ist ja schon immer wieder auch ein Argument, das vorgebracht wird für den Import von Lebensmitteln aus dem Ausland und gegen regionale Produkte, dass eben der regionale Anbau nicht effizient genug sei, dass die gesamte, die wachsende Bevölkerung international zumindest mal betrachtet so auch gar nicht ernährt werden könnte. Wie sehen Sie das? Haben Sie sich damit beschäftigt? Also wie es gelingen könnte, naja, beschränken wir es jetzt mal auf Deutschland und vielleicht dann auch konkret auf Hessen, auch preislich auf ein Niveau zu kommen bei regionalen Produkten, auf dem sie wettbewerbsfähiger wären? Was man vielleicht dazu sagen kann, insgesamt ist es ein Argument, was wir eher kennen, so aus der Diskussion rund um biologischen, ökologischen Anbau und konventionellen Anbau, also dass man eben sich immer öfter oder ja auch da oft mit dem Argument konfrontiert sieht, ja das ist ja alles schön, aber im biologischen und ökologischen Anbau haben wir viel niedrigere Erträge auf den Flächen als im konventionellen Anbau. Das ist einfach heute noch Fakt, würde ich sagen. Also wir haben in vielen Bereichen da einfach noch eine niedrigere Effizienz, was diese Anbauweise angeht. Ist aber natürlich auch was, was sich entwickelt und was einfach auch durch Forschung weiter vorangetrieben wird. Anna, ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen kannst. Ich bin gerade am überlegen, zu diesem Preisthema haben wir uns eher ein bisschen weniger auseinandergesetzt, würde ich sagen. Ich kann auch was zu diesem Thema Effizienz sagen, weil das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Danke, ich wollte gerade, ich wollte Ihnen natürlich jetzt den Vorrang geben, aber damit hätte jetzt auch mein nächster Satz begonnen, aber machen Sie mal. Genau, ich meine, wir haben einfach so ein, für mich persönlich, grundlegendes falsches Verständnis von Effizienz. Was bedeutet das denn? Was wollen wir denn? Und auch von Kosten. Bedeutet es, und auch von Kosten, müssen wir das Tier ausquetschen bis zum Gehtnichtmehr? Muss es so schnell wachsen, dass es einfach nur Leid und Schmerzen hat? Müssen wir überhaupt Nutztiere leiden lassen? Ist das unser Anspruch als Menschheit? Und das Gleiche gilt natürlich für andere Menschen, die arbeiten, damit wir billige Produkte bekommen. Ja, wir können das von mir aus effizient nennen, aber ist das gesund? Ist das nachhaltig? Ist das langfristig durchgedacht? Nein, würde ich sagen, ist es nicht. Ist es nicht viel besser, die Böden zu erhalten, so Landwirtschaft zu betreiben, dass wir generationsübergreifend gute Landwirtschaft praktizieren können? Ist es nicht viel besser, so zu konsumieren, dass wir niemandem schaden? Ist das nicht viel effizienter langfristig? Aber wir denken halt oft einfach nur kurzfristig und nur an uns und nur an jetzt und nur an Spaß haben und ich will aber und das nervt mich. Und deswegen mag ich diesen Begriff nicht. Aber ich muss mich damit konfrontieren, weil er ist ja in aller Munde und wird sehr gerne angebracht. Ich finde das Gleiche gilt, wenn ich da nochmal diesen Kostenfaktor reinbringen darf, das Gleiche gilt nicht nur in Bezug auf den Effizienzbegriff, sondern auch auf diese Preisdiskussion. Die Preise sind ja oftmals nur deshalb so relativ niedrig, weil die Warenkosten ja gar nicht berücksichtigt werden bei internationaler Massenproduktion im Vergleich zu ökologisch nachhaltigen Vorgehensweisen. Nicht wahr? Also auch die sinkende Qualität von Böden ist ja zum Beispiel eine Art von Kosten, nur die bezahlen eben nicht die direkten Verbraucher, sondern die fallen dann eben an anderen Stellen an. Genau, ja. Wenn wir jetzt alle nach den Empfehlungen der Planetary Health Diet leben würden, also unter anderem eben auch weniger tierische Produkte verwenden würden, wäre dann eine ausgewogene und gesunde Ernährung in Hessen mit hessischen Produkten möglich? Sind zum Beispiel die Böden fruchtbar genug, um eine solche ausgewogene Ernährung zu gewährleisten? Also hier müssen wir nochmal darauf betonen, dass wir das natürlich nur durchgerechnet haben. Wir sind keine Landwirtin, deswegen können wir zu den Böden nicht so viel sagen, außer das, was wir einfach von den Landwirten wissen. Also einmal glaube ich nicht, dass man alles überall anbauen kann. Man könnte viel mehr Forschung rein investieren in biologischen Anbau, dann würde da auch mehr gehen. Heutzutage fließen die meisten Fördergelder und Forschungsgelder einfach noch in den konventionellen Anbau von Produkten. Das heißt, da haben wir Nachholbedarf. Rein rechnerisch, bleiben wir mal beim, oder gehen wir mal zum Ackerland. Hätten wir genug, also ich habe die Zahlen nochmal rausgekramt. Beispielsweise, wir haben das runtergebrochen auf die Person, weil es griffiger ist, wie wir fanden. Wir haben 648 Quadratmeter Ackerfläche pro Person. Wir bräuchten aber nur, um den Konsum unserer tierischen Lebensmittel zu decken, 812, also knapp 200 Quadratmeter mehr. Dann haben wir noch keine pflanzliche Kost zu uns genommen. Der Veganer, also der oder die sich nur pflanzlich ernähren, braucht nur 360 Quadratmeter pro Person. Das heißt, wir haben theoretisch 280 Quadratmeter übrig. Packen wir das jetzt zusammen, wir ernähren uns nur nach der Planetary Health Diet. Das heißt, pflanzliche und tierische Produkte, dann passt es eigentlich ganz gut. Dann kommen wir nämlich auf diese knapp 630. Also dann könnten wir uns ernähren. Allerdings, muss man dazu sagen, die Erträge sind, basieren eher auf konventionellen Erträgen und nicht auf ökologisch angebauten Erträgen. Die sind einfach noch ein bisschen niedriger, dann schaffen wir es nicht ganz. Da müssten wir nochmal ein bisschen hin und her schieben. Und dann müsste der eine noch ein bisschen weniger essen. Wer meldet sich freiwillig? Ja. Okay. Und es sind natürlich auch, haben Sie ja gerade auch nochmal betont, basierend auf Berechnungen theoretische Überlegungen, nicht wahr? Also sicherlich wird es auch ein Stück weit unrealistisch sein, dass jetzt nur noch heimische Produkte verwendet werden. Dass eben, weiß nicht, keine Bananen, Mandarinen und Avocados mehr verzehrt werden, sondern eben weizmassierte Produkte und Äpfel und Birnen und so weiter und so fort. Natürlich haben wir auch heimisch wahnsinnig vielfältige Möglichkeiten, Produkte anzubauen. Aber wir leben natürlich auch in einer globalisierten Welt und mit gewissen, naja, Ansprüchen, Wünschen, Bedürfnissen geht das auch einher. Aber es ist natürlich trotzdem spannend zu hören, dass der Grad der Selbstversorgung definitiv viel, viel höher sein könnte, als er es heute ist. Und das ist ja zumindest schon mal eine wahnsinnig spannende Erkenntnis. Haben Sie sich, Sie haben ja betont, Sie sind Logistikerin, haben Sie sich ganz konkret auch mit logistischen Herausforderungen auseinandergesetzt im regionalen Lebensmittelbereich? Also was da vielleicht getan, optimiert werden könnte, um hin zu einem höheren, ich habe jetzt diesen Begriff vergessen, nicht Selbstversorgungsgrad, sondern irgendwas anderes, um hin zu einem höheren Grad zu gelangen? Ja, also wir beschäftigen uns im Prinzip Tag ein, Tag aus mit diesem Thema und vielleicht kann man zu Beginn ganz grob für die Nicht-Logistikerinnen oder für diejenigen, die sich in dem Themenfeld vielleicht nicht so sicher fühlen, erklären oder näher bringen, was das Problem im logistischen Sinne einer regionalen Versorgung ist. Also wir haben einfach im Vergleich, also wenn man sich jetzt globale Lebensmittelketten und regionale Lebensmittelketten anschaut und die gegenüberstellt, dann sieht man einfach, regionale Ketten sind leider, da ist es wieder das Wort effizient, nicht ganz so effizient wie globale Lebensmittelketten. Das liegt… Was ja auf den ersten Blick überraschend ist. Genau, auf den ersten Blick überraschend und irgendwie auch ein bisschen traurig auf der anderen Seite, aber es ist einfach darin begründet, dass wir eben so eine gut strukturierte und einfach intensiv globalisierte Welt in dem Bereich haben, dass wir enorme Skaleneffekte in globalen Lebensmittelketten erzielen können, die wir einfach im Regionalen so nicht umsetzen können. Also wir können zum Beispiel im globalen Handel riesige Containerschiffe theoretisch nutzen und auch sehr große LKWs, die einfach von Haus aus schon sehr viel effizienter sind als die Transportmittel, die eben eher im Regionalen eingesetzt werden. Da sieht man ja eigentlich oft so diese klassischen Sprinter rumfahren, die denke ich relativ typisch sind und die eben von sich aus schon natürlich pro Produkt einfach eine sehr viel geringere Effizienz aufweisen als eben so ein großer 40-Tonner im Vergleich. Und dann haben wir eben auch einfach noch insgesamt eine Mengenherausforderung im Regionalen. Also wir müssen es erstmal schaffen, solche Mengen zusammenzukriegen, dass wir dann auch die kleinen Transportmittel auf Hin- und Rückfahrten so gut ausgelastet haben, dass man eben keine Leerfahrten zum Beispiel in Kauf nimmt. Das sind einfach Dinge, die funktionieren im Globalen einfach schon sehr professionell und im Regionalen können wir da einfach noch aufholen und eben beispielsweise durch tiefergehende Kooperationen zwischen Erzeugerinnen oder auch zwischen abnehmenden Betrieben einfach noch mehr machen und da einfach besser und effizienter werden. Dazu kann ich noch ergänzen, wir haben uns tatsächlich am Anfang unseres Projekts relativ intensiv mal angeschaut, wie zum Beispiel Südspanien arbeitet. Und das sind einfach riesige Farmen, riesige Höfe. Da werden die 40-Tonner direkt voll geladen. Das heißt, es gibt gar nicht diese erste Meile wie bei uns, wo Ware erstmal irgendwo hingefahren wird, um dann effizient durch die Gegend gefahren zu werden. Das fällt weg und das macht einfach so viel aus. Was Marita ja schon ganz gut erklärt hat, es ist dieser Faktor zwischen Leergewicht und vollgeladenem LKW, der ist bei den großen Transportmitteln einfach besser. Und deswegen sind dann die Emissionen pro Kilogramm Ware bei diesen großen Transportmitteln geringer als bei Kleinen. Das ist so ein bisschen das Thema. Ja, und das ist natürlich schwer, dem entgegenzuwirken, oder? Also, dass sich jetzt in Südspanien bei so einer riesigen Farm, die von einem Horizont zum nächsten sich erstreckt, direkt vor Ort gewaltige LKWs beladen kann, ist natürlich vorstellbar. Schwieriger wird es dann bei irgendeinem kleinen Hof irgendwo in Hessen. Genau, aber wir dürfen natürlich, und das machen wir leider viel zu oft, nicht nur die Transportlogistik anschauen, sondern eben auch, wie wird das angebaut, ist das nachhaltig? Und da wissen wir ja ganz genau, nein, in Almeria, in Südspanien, ist das überhaupt nicht nachhaltig. Die beuten ihr Trinkwasser aus, sie bringen unfassbar viele Pestizide in den Böden, da gibt es kaum noch Biodiversität. Die Leute leiden teilweise enorm unter den ganzen Düngemitteln und Pestiziden, die gespritzt werden. Das sehen wir hier nicht, das kriegen wir nicht mit, deswegen interessiert es uns auch nicht. Also, ein bisschen pauschal gesagt, interessiert es uns nicht. Hier würde es uns interessieren, weil hier würden wir es sehen, hier würden wir es selber spüren und hier wollen wir solche riesigen Betriebe eigentlich auch gar nicht. Aber wir sind halt auch nicht bereit, im Winter nur Kohl und Wurzelgemüse zu essen. Okay, wir haben jetzt diverse Aspekte angesprochen, nicht wahr? Also, wir haben die Preisdimensionen angesprochen, wir haben das Nachfragefalten angesprochen, dass eben, wenn wir jetzt nur nach ökologischen Gesichtspunkten gehen, eigentlich immer noch zu viele tierische Produkte konsumiert werden. Sie haben jetzt logistische Prozesse angesprochen, angedeutet. Die Politik ist natürlich nochmal ein anderer Faktor. Deswegen ist jetzt natürlich aus dieser Gemengelage heraus eine schwierige Frage wahrscheinlich. Aber was könnte, was müsste sich ändern, um in Hessen hin zu gelangen zu einem höheren Grad an Selbstversorgung, an Eigenerzeugung? Also, es müsste sich sehr viel sehr schnell ändern. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass die Politik den größten Hebel hat oder haben kann, wenn sie ihn denn nutzen würde. Weil ganz viel geht einfach über das Geld. Wir arbeiten ja viel zum Thema Außerhausverpflegung. Wenn wir hier einfach mehr Geld hätten, beziehungsweise zum Beispiel das Mittagessen für Schulkinder und Kita-Kinder kostenfrei wäre und die Kommunen sagen, wir möchten regional einkaufen, wir tun es einfach und wir bezahlen dafür. Wir geben euch, liebe Landwirte, einen Anbau oder wir sagen euch, was die Nachfrage ist. Erstellt eure Anbaupläne danach. Dann würde da sich ja schon alleine sehr viel ändern. Wenn wir dann dazu noch Bildungskampagnen hätten und die Kinder gute Ernährungsbildung bekämen und einfach wüssten, was ist regionale, saisonale, nachhaltige Ernährung und sich das bis in die Familien verbreitet, wenn wieder mehr gekocht werden würde und so weiter und so fort. Wenn es gute Informationskampagnen gäbe, dann würde sich, glaube ich, einiges ändern. Aber es sind so viele Wenns, die umzusetzen ist. Es ist halt leider in der Realität doch noch ein langer Weg. Aber ich glaube, es gibt schon relativ viele Anknüpfungspunkte, an denen man ansetzen könnte. Zum einen haben wir im Regionalen auch einfach oft das Problem, dass Strukturen, die man auch braucht in regionalen Netzwerken, wie zum Beispiel Verarbeitungsstrukturen, um eben Produkte zum Beispiel für die Außerhausverpflegung so vorzubereiten, dass sie dort überhaupt eingesetzt werden, dass sie komplett fehlen. Also dass wir in einzelnen Landkreisen keine Zerlegebetriebe für Fleisch mehr haben oder natürlich keine Mühlen und so weiter. Das kann man durch die verschiedenen Produktkategorien sich eigentlich so ein bisschen durchspielen oder dass es auch eine Schwierigkeit gibt, was logistische Flächen angeht. Also zum Beispiel Lagerflächen oder Umschlagsflächen. Also da könnte man theoretisch auch infrastrukturell schon noch viel verbessern und viel ausbauen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir einen politischen Willen haben, gepaart mit eben so einem gesteigerten Interesse, wie wir es gerade erleben, dann können wir da schon viel schaffen. Und es gibt ja andere Beispiele, die es vormachen. Und wir können da jetzt auch eben einfach noch ein bisschen aufholen. Ja, aber da sprechen Sie auch nochmal eine weitere Dimension in dieser Komplexität an. Also dass es eben ja nicht immer damit getan ist, die Karotten und Äpfel zu ernten und dann am Hof zu verkaufen oder vielleicht noch bis zum nächsten Supermarkt zu transportieren, sondern dass es eben natürlich auch in der Landwirtschaft Wertschöpfungsketten gibt, aller Mühlen und Fleischzerlegungsbetriebe und so weiter, was Sie angesprochen haben, die zum Teil gar nicht mehr vorliegen in den Regionen. Also macht es natürlich nicht einfacher. Und gleichzeitig haben wir Einstiegs auch besprochen und beschrieben, wächst das Bewusstsein für regionale Nahrungsmittel, die Wertschätzung wächst, wenn auch vielleicht nicht immer im gleichen Maße die Zahlungsbereitschaft oder auch die Zahlungsfähigkeit. Ist ja für manche auch einfach anspruchsvoll, sich das im Zweifel auch leisten zu können immer. Wie blicken Sie diesbezüglich, nachdem Sie sich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, in die Zukunft? Ist eine deutlich stärker regional basierte Ernährung denkbar auf absehbare Zeit? Oder ist das eher ein utopisches Zukunftsszenario in dieser globalisierten Welt, in der wir nun mal leben und die Sie auch beschrieben haben unter logistischen Gesichtspunkten? Also würde, das ist so ein bisschen mein Gedankenkarussell, würde jedes Land sich erstmal darum kümmern, sich selbst relativ divers aus eigenen Mitteln zu versorgen und das auf nachhaltige Weise, das heißt sozial, ökologisch und wirtschaftlich und dann nur die Überschüsse exportieren, die natürlich auch nachhaltig produziert worden sind, dann wären Exportprodukte ja per se teurer und es würde weniger ankommen. Und das ist auch so ein bisschen eigentlich meine Wunschvorstellung. Und dann könnte man ja wieder in die eigene Versorgung auch wieder mehr investieren und auch andere Förderprogramme haben, dass dann gerade die gesunden Nahrungsmittel aus der Region oder aus dem eigenen Land oder von dem eigenen Kontinent deutlich günstiger werden. Darüber wird ja auch viel gesprochen, Thema Mehrwertsteuersenkung für Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und so weiter. Dann würde sich das Ganze ja auch wieder regulieren können. Und das ist auch so ein bisschen meine Gesamtutopie. Wie schön wäre es denn, wenn wir, egal welches Produkt wir kaufen, also jetzt gar nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung, Möbel, Kinderspielzeug, egal, alles was wir kaufen können, wir wissen, es ist nachhaltig und fair produziert. Also niemand musste leiden, weder Mensch noch Tier noch Natur per se. Wir können es einfach guten Gewissens kaufen und müssen darüber überhaupt nicht mehr nachdenken. Dann würde sich sehr viel selbst regulieren. Klar, einzelne Produkte würden teurer werden, andere vielleicht auch wieder gar nicht so. Und wir würden anders konsumieren und wir würden sehr viel weniger Müll für die Welt produzieren, die wir ja auch gar nicht brauchen, den wir gar nicht brauchen. Und man kann ja Menschen mit geringem Einkommen auch durchaus unterstützen mit allen möglichen anderen Mitteln, ohne dass es sich anfühlt für die wie Hilfsleistung. Und dann ist ja auch die Frage, warum verdienen Menschen so wenig Geld, dass Lebensmittel für sie zu teuer sind. Also Riesenthema. Ja. Ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber dazu muss sich die Politik sehr viel mehr trauen. Und leider, wenn wir uns das politische Gesamtspiel gerade anschauen, ist relativ klar, warum sie es nicht tun. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Relativ klar, warum sie es nicht tun? Okay, da muss ich jetzt natürlich nachfragen. Okay, was ist da Ihre Vermutung? Naja, weil, okay, aber das ist jetzt auch wieder sehr meine persönliche Meinung, weil mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Menschen Angst haben, dass man, beziehungsweise es einfach nicht gut finden, dass man ihnen sagt, dass das, was sie getan haben, schlecht ist. Das ist ja das, was gerade heute viel passiert. Wir müssen alle nachhaltiger leben und vieles umstellen, was ja gleichzeitig zeigt, dass das, wie wir es vorher gemacht haben, offensichtlich nicht gut war. Und wer hört schon gerne, dass das, wie er gerade sein Leben geführt hat, nicht gut ist. Und dann gehen halt die Menschen auf die Barrikaden und schauen immer nur zurück, anstatt nach vorne. Wir haben es vielleicht nicht gut gemacht, wir könnten es ja einfach mal besser machen. Es wird schnell zu so einer Diskussion um, fast schon um Identität, um Selbstwahrnehmung und Respekt und nicht um die Sache an sich und wie es jetzt nach vorne weitergehen kann. Ja, ich finde an diesem Gespräch bisher merkt man, merke ich zumindest wahnsinnig gut, wie vielfältig die Themen sind, mit denen man sich im Bereich Logistik beschäftigen kann, wie spannend sie auch sind. Ich hatte schon doch die einen oder anderen Gespräche mit Logistikerinnen und Logistikern hier in dieser Show und die waren immer wahnsinnig interessant, weil die Themen oftmals so relevant und auch wie in diesem Fall so nah am Menschen sind. Und einfach nur so eine Erkenntnis zwischendurch, weil ja, also ich will ihnen damit nicht zu nahe treten, aber so haben es mir zumindest die früheren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus diesem Bereich gespiegelt. Das Klischee, die oberflächliche Vorstellung von der Logistik in Anführungszeichen doch oft ist, naja, da werden irgendwelche Bausteinchen hin und her geschoben, irgendwelche Lieferketten, Wertschöpfung, also eher so Begriffe, die so ein bisschen angestaubter herkommen. Aber wenn man dann konkret schaut, was dahinter steckt, kann es und ist es oft auch wahnsinnig spannend sein. Deswegen mal die Frage an Sie beide, wie sind Sie selbst auf dieses Thema Logistik gestoßen damals? Wie haben Sie begonnen, sich dafür zu interessieren? Wer auch immer anfangen möchte. Marita, soll ich? Ich bin ja schon älter. Ich habe ja vor dir angefangen. Gerne. Also ich starte. Ich habe tatsächlich auch erst im Studium wirklich bewusst verstanden, was das bedeutet, Logistik. Ja. Und es ist halt überall, also jeder von uns macht jeden Tag Logistik. Wir stehen morgens auf und der erste logistische Prozess steht quasi schon an. Es ist, was weiß ich, Kaffee kochen. Ich wollte sagen, den halte ich hier in meiner Hand gerade. Ich nehme mal einen Schluck. Einen Schluck Kaffee. Wie auch immer. Und das zieht sich durchs ganze Leben und das zieht sich durch die ganze Wirtschaft. Und ich finde es total faszinierend, wie diese Milliarden von Gütern sich quer über den globalen oder über den Erdball bewegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesiges Umweltproblem, Klima, eine Klimakatastrophe. Und auf der anderen Seite kriegen wir es nicht hin, die Produkte, die nebenan auf dem Acker wachsen, auf unseren Teller zu bringen. Und das finde ich faszinierend und beängstigend. Aber das treibt mich an. Das finde ich auch nach wie vor tatsächlich einfach nur faszinierend an diesem Thema. Also beängstigend und auch, so verstehe ich Sie, dennoch auch motivierend. Also eben zu schauen, wie eben mit dieser Studie, wie lässt sich das womöglich auch ändern. Ja. Wie ist es bei Ihnen, Frau Böhringer? Ja, ich bin auch so ein bisschen aus so einer Alltagsbegeisterung zum Thema gekommen. Und mir ging es dann ähnlich, dass ich im Studium das vertieft habe. Jedem oder jeder, die es noch nicht gemacht hat, kann ich nur empfehlen, mal in eine Abfüllanlage zu gehen und sich anzuschauen, wie schön so ein Flaschenabfüllprozess aussehen kann. Das ist sehr fantastisch. Das sind dann so die kleinen Dinge, über die man sich freuen kann als Logistikerin über Abfüllanlagen oder Flughäfen. Und bei mir war es dann ähnlich. Ich habe auch im Studium dann angefangen, mich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und hatte auch damals dann schon so ein bisschen eine Lebensmittelthematik mit drin. Mehr aus so einer Nahversorgungsperspektive. Also wie kriegen wir es hin, auch die Logistik in den ländlichen Raum rein aufrechtzuerhalten und da auch eine Versorgung mit Lebensmittel aufrechtzuerhalten, wenn eben dann doch der letzte Hofladen in irgendeinem Dorf traurigerweise schließt. Also ich bin erst aus so einer Perspektive an das Thema rangekommen. Und jetzt ist es bei uns im Projekt ja ein bisschen gedreht. Wir schauen uns an, wie kriegen wir aus dem Ländlichen das Ganze in die Stadt. Und ja, Ernährung und Lebensmittelanbau war für mich schon immer irgendwie wichtig und ein Thema. Von daher. Daher auch diese Begeisterung fürs Abfüllen von Flaschen. Ja, absolut. Gilt sicher auch für Marmeladengläser oder sonstige Abfüllanlagen. Ja, ich war auch schon in einigen derartigen Betrieben zu Besuch und wirklich beeindruckend. Also da sind wir dann wirklich wieder beim Thema Effizienz. Also wie effizient solche Anlagen dann eben auch gestaltet werden können durch Dach, wie es funktioniert, aber auch einfach dieses befriedigende Gefühl zu sehen, wie Dinge funktionieren, die 1a ineinander greifen und genau das tun, was sie tun sollen. Naja, also kann ich schon nachvollziehen. Und wenn wir das noch in Hessen schaffen, das wäre ein Traum. Dann sind wir richtig glücklich. Nun haben sie beide angesprochen, dass sie während des Studiums auf die Logistik aufmerksam geworden sind. Das klingt für mich danach, dass sie jetzt nicht per se Logistik studiert haben, sondern vielleicht irgendwas, naja, was so grob in die Richtung geht. Deswegen die Frage, was haben sie denn studiert? Also ich habe tatsächlich im Bachelor mit Betriebswirtschaft gestartet und dann meine Schwerpunkte gewählt und das waren Logistik und Marketing. Und dann war aber klar im Master, es ist Logistik und habe mit Supply Chain Management vertieft. Okay. Und Sie, Frau Böhringer? Ja, ich darf auch in die Betriebswirtschaftlerinnen-Kerbel schlagen. Ich habe auch damit gestartet und dann mit Logistik und Wirtschaftsinformatik vertieft und dann hier in Frankfurt den Global Logistics Master gemacht, um das Thema dann noch weiter zu verfolgen. Und dann wieder zurück zum Regionalen. Also hin und her. Und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, die uns hier gerade lauschen, vielleicht schon frühzeitiger das eigene Interesse für Logistik bemerken und sich jetzt auch in Richtung Hochschule Fulda orientieren. Wie ist die Logistik da aufgestellt? Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Für Menschen, also sie sind ja an der Hochschule Fulda angesiedelt, die sich für dieses Thema interessieren. Was gibt es da für Möglichkeiten für Studiengänge? Oh mein Gott. Gute Frage. Es gibt Logistikmanagement, es gibt Supply Chain Management, man kann im Bachelor starten, man kann im Master vertiefen. Es gibt duale Studiengänge. Ja, wir sind nicht mehr so nah an der Lehre, deswegen kann ich den aktuellen Status nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass die Hochschule Fulda recht gut aufgestellt ist, was Logistik angeht. Also lohnt sich zumindest mal ein Blick auf die Webseite, da steht es ja im Zweifel auch. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch in diesen grundlegenden Studiengängen, wie auch Anna Schön und ich das gemacht haben, auch in Fulda eben die Möglichkeiten dann in Logistik zu vertiefen. Kann ja auch nicht schaden, dann hat man vielleicht ein bisschen einen umfassenderen Blick. Unbedingt. Schön. Das ist doch ein guter Rat. Fast zum Schluss, fast sage ich, denn unsere Folgen enden immer mit der kleinen, gemeinen Kategorie der Halbsätze. Sind gar nicht so gemein, also keine Angst. Das heißt, ich würde Ihnen zum Abschluss noch so ein paar harmlose Halbsätze vorlegen und mal schauen, was Ihnen dazu so einfällt. Muss auch nicht zwangsläufig Ihrerseits sich auf einen Halbsatz beschränken. Wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Die erste Frage haben Sie zum Teil schon beantwortet. Ich bringe den Halbsatz aber dennoch nochmal. Mal schauen, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Und wer zuerst antwortet, hat gewonnen. Wie auch immer. Also damit möchte ich sagen, es darf gerne antworten, wer auch immer mag, wer eine Idee hat. An Logistik begeistert mich bis heute. Das ist auch schlau. Wenn gar keiner antwortet, dann ist es auch unentschieden. Anscheinend nichts. Nein. Wir haben es schon so ausführlich gesagt, dass ich es schwer auf einen Halbsatz runterbrechen kann. Aber Sie haben es ja vorhin eigentlich selbst schön zusammengefasst, wie toll Dinge ineinander greiften. Finde ich, passt da sehr gut. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir das. Hier dürfen Sie auch ein, zwei Sätze mehr sagen, wenn Sie mögen. Eine prägende Erfahrung in meiner Laufbahn war für mich? Dass ich die Wirtschaft wieder verlassen habe und an die Hochschule gewechselt bin. Lachen Sie aus Freude und Erleichterung? Sie haben den Absprung geschafft? Wirtschaft, oder? Es ist schon ein paar Jahre her, aber genau. Ich habe zwar Wirtschaft studiert, aber würde es vermutlich nicht wieder tun. Okay, also sind glücklich mit dem Schritt zurück an die Hochschule gegangen zu sein. Ja. Sehr schön. Frau Böhringer, ich weiß, bei Ihnen prägende Erfahrungen, die Abfüllanlage, aber vielleicht gibt es ja sogar noch was anderes. Ja, also ich muss eigentlich fast immer, wenn ich an meine Arbeit denke, an einzelne Gespräche denken, die wir im Projekt mit verschiedenen Landwirtinnen zum Beispiel geführt haben, wo ich einfach viele neue Perspektiven dazu gewonnen habe, die zwar vielleicht nicht unbedingt direkt was mit Logistik zu tun haben, aber die eben für mich auch ausschlaggebend dafür sind, warum ich mich mit genau diesem Thema beschäftige. Und ja, an die denke ich einfach immer wieder gern zurück. Haben Sie ja vielleicht ein Beispiel für, jetzt auch aus diesem Projekt für einen Landwirt, eine Landwirtin, der oder die Ihnen da was mit auf den Weg gegeben hat, was hängen geblieben ist? Ja, es bleiben dann leider oft auch doch eher so ein bisschen die negativen Geschichten hängen, aber wir haben zum Beispiel mal einen Milchviehbetrieb hier in Hessen besucht, einen kleineren, der nach ökologischen Standards arbeitet. Und die Bäuerin, die dort zuständig oder verantwortlich ist, der der Betrieb gehört, sie hat davon berichtet, wie das für sie persönlich ist, ihre eigenen Produkte an eben so einen großen Vermarkter abzugeben, an eine große Molkerei, die eben kommt mit einem riesen Tanker, die mich mitnimmt und dann verarbeitet und dann landet die irgendwo in irgendwelchen Supermärkten. Die hat uns relativ eindrücklich davon erzählt, dass es natürlich für sie auch persönlich jetzt keine, nicht wirklich ihr präferiertes, ihre präferierte Arbeitsweise ist, aber dass sie eben ja aus verschiedenen Gründen sich dafür entschieden hat. Aber wir vergessen manchmal, dass hinter unseren Produkten eben auch Menschen stecken, die was machen, die für uns jeden Tag aufstehen, sich um ihre Tiere kümmern und die einfach sehr viel Arbeit in so ein Produkt reinstecken und die sich eben auch vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung von uns wünschen würden manchmal. Ja, wichtiger Punkt. Das war tatsächlich ein sehr emotionales Gespräch, ja. Ich erinnere mich auch gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie da kurz von erzählt haben. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr oder auch zwei erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich? Genau das machen, was wir gerade tun. Ach, genau, das tun wir. Das ist wunderbar. Das freut mich zu hören. Also Sie sind schon in der hervorragenden Situation. Ich meine, dass Sie für das Thema brennen, mit dem Sie sich beschäftigen, habe ich natürlich mitbekommen. Und doch ist es ja so, dass gerade auch in der Wissenschaft vielfach Zwänge bestehen, die dann so das absolute Traumprojekt oder die großen Fragestellungen vielleicht noch nicht in greifbare Nähe rücken lassen. Aber wenn das bei Ihnen der Fall ist, ist es ja umso schöner. Dann blicken wir aber vielleicht nochmal in die Zukunft zum Abschluss. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Logistik in? Ich sehe sie in diesen ganzen Wänden. Ernährungswände, Mobilitätswände, Wärmewände, Energiewände. Also genau, das sind die Themen und die haben alle was mit Logistik zu tun. Guter Punkt. Also diese ganzen Transformationen, diese ganzen Umschwenkungen, Anpassungen und so weiter und so fort, Veränderungen, die ja nun auch definitiv stattfinden werden, müssen und sollen, werden überall logistische Expertise benötigen. Deutet ja auch nochmal an, wie vielfältig eben auch die Themenwelten sein können, mit denen man oder Frau sich dann dort auseinandersetzen könnte. Ja, Logistik lohnt sich auf jeden Fall. Also für mich wäre es, wenn ich mich neben diesem Ernährungswendethema für eine Wende entscheiden müsste. Auf jeden Fall das Thema Mobilitätswände. Das ist, glaube ich, was, womit ich mich in Zukunft noch mehr beschäftigen möchte. Gerade auch mit so eher, ja ich sag mal, infrastrukturellen Themen in Städten. Wie kriegen wir es hin, dass die Logistik und die Mobilität so läuft, dass wir ein bisschen besser durchatmen können. Ja, wunderbar. Logistik lohnt sich. Das ist doch eine schöne Überschrift. Die nehme ich mir zum Abschluss mit und danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Hessen schafft Wissen, der Podcast.